OpenAI hat für ChatGPT ein neues Beta-Feature vor einigen Tagen veröffentlicht, nämlich Canvas. Eine Funktion, die vor allem bei kreativen Schreibprozessen unterstützen soll, was es genau kann. Das schauen wir uns nach dem Intro an. Bis gleich. Zumindest in meinem Berufsalltag benutze ich ChatGPT ganz viel für Schreibprozesse und da kommt mir das neue Beta-Feature wirklich sehr, sehr recht vor. Hier doch einige Funktionen jetzt endlich da sind, die ich bei ChatGPT doch auch schon vermisst habe. Wir wollen das an einem praktischen Beispiel einmal durchgehen und daher muss ich jetzt zuerst einmal ein Transkript von einem Video erstellen und daraus soll eben nachher mit dem neuen Canvas-Feature ein entsprechender Blogbeitrag generiert werden. Und ich melde mich dann gleich wieder bei euch, sobald das Transkript fertig ist. So, das Transkript ist nun fertig. Es ist in der Zwischenablage und ich habe jetzt hier ChatGPT hinterüber mir geöffnet und hier oben bei den Modellen das GPT-4O with Canvas ausgewählt. Und so wie ich es verstanden habe, erkennt das Modell automatisch, wenn ein kreativer Schreibprozess gestartet wird und bietet dann auch automatisch die neuen Funktionen. Das heißt, ich teile erst jetzt, oder ich teile jetzt mal mit, was ich eigentlich möchte. Ich habe ein Transkript eines Videos und daraus soll ein Blogbeitrag erstellt werden. Doppelpunkt, dann kommt das Transkript. Ich drücke auf Enter und sehe jetzt, wie sich hier die Oberfläche schon etwas verändert. Ich habe jetzt nicht mehr auf der linken Seite meine Chats, in der Mitte den Text, sondern ich habe jetzt auf der linken Seite meinen Workflow, den Arbeitsablauf, was ich mit dem Text mache und das hier in der Mitte, das ist nun ein endgültiger Text, der immer da ist, der sich aber auch immer wieder verändert. Ja, vorher hatte ich ja immer, wenn ein Text verändert wird, bekomme ich einen neuen Text und drunter jetzt wird dieser Text verändert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, schreibe den Text bitte in der dritten Person, dann erscheint kein neuer Text, sondern der bestehende Text wird verändert, wird mir neu angezeigt und ich habe eine Art Versionierung, dass ich gleich hier oben diese klassischen Zurückpfeile hier bekomme. Da sind sie schon zur vorherigen Version zurückspringen kann. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, Live-Bearbeitung jetzt auch von diesem Text. Das heißt, ich kann jetzt einzelnen Text zum Beispiel jetzt auch kopieren. Ich kann Überschriften hinzufügen, so Schritt 1, dann markieren, entsprechend FET oder als Überschrift ansetzen. Ich kann direkt reinschreiben. Ich kann auch, wenn ich, ich sage mal, konkrete Wörter oder Sätze nicht mag, ChatGPT auch dort ansetzen lassen, zum Beispiel jetzt in der Diskussion über KI, da kann ich zum Beispiel dann auch markieren. Dann gibt es die Möglichkeit, ChatGPT-Fragen, dann sage ich, bitte Alternative anbieten. So, und dann wird hier im Diskurs über KI geschrieben und wenn mir das eben nicht gefällt, kann ich hier auch zurückgehen. Konkret kann ich dann aber auch kompletten Absatz markieren oder mit der Maus über einen Absatz klicken, sehe dann hier auf der rechten Seite so ein Plus-Symbol, wo ich dann draufklicken kann und sage, bitte genauer ausformulieren. Und dann wird auch konkret dieser Textabschnitt verändert. Er ändert mich so ein bisschen an Wolf-Schneider-KI oder Deeper-Write, wo ich dann wirklich so einzelne Texte dann oder einzelne Sätze dann auch markieren und mir hier auch die Synonyme vorschlagen lassen kann. Sehr, sehr schön und sehr gelungen. Auch neu ist hier unten dieser Stift, wo mir einfach auch mehrere Funktionen angeboten werden, zum Beispiel Emojis hinzufügen. Naja, gut. Hier gibt es den letzten Feinschliff vornehmen. Das werde ich am Ende benutzen, um den letzten Feinschliff vorzunehmen. Okay. Leseniveau, das ist eine schöne Funktion. Wir haben hier unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Sprache, unterschiedliche Leseniveaus. Und hier kann nur mit einem Schieberegler das Leseniveau verändert werden. Mittelschule, Kindergarten, Oberschule, Hochschule, Graduiertenschule. Also das heißt, sonst haben wir uns ja auch immer Gedanken gemacht über unsere Zielgruppe, haben eventuell in eine einfache Sprache umformuliert, zielgruppengerechte Ansprache. Jetzt haben wir hier so einen Schieberegler, wo wir einfach unterschiedliche Leseniveaus auch ausprobieren können. Und wenn ich jetzt hier so rüberfliege, dann passt das eigentlich auch ganz gut. Jetzt gehen wir hier nochmal in die Graduiertenschule. Das, ja, akademische Schreibweise. Ja, sehe ich direkt mehr, viel mehr. Ach Gott, Fachbegriffe. KI spielt eine transformative Rolle in meiner beruflichen Praxis, indem sie Arbeitsprozesse effizienter gestaltet und methodologische Möglichkeiten öffnet. Heidernei, was ich alles kann hier. Ja, nicht nur das Sprachniveau kann ich auch per Schieberegler verändern, auch die Länge anpassen. Das heißt, ich kann einen Text länger oder kürzer machen. Sonst muss man immer sagen, schreibe ausführlicher, schreibe länger, schreibe kürzer. Jetzt haben wir so einen kleinen Schieberegler, auch an dem wir uns hier orientieren können. Sehr, sehr schön geregelt. Ist ja noch am Arbeiten. Ja, eine Funktion, die ich sehr, sehr schön finde, ist hier Bearbeitungen vorschlagen. Das kennen wir auch von DeeperWrite, so redaktionellen KIs, wo ich auch stilistisches Feedback bekomme. Wenn ich jetzt hier nämlich draufklicke, werden jetzt Textstellen markiert und in Form von Kommentaren bekomme ich jetzt ganz konkretes Feedback. Zum Beispiel zu dem Satz, die Integration von KI-Tools ermöglicht nicht nur eine Optimierung bestehender Abläufe, sondern auch die Entwicklung gänzlich neuer, innovativer Ansätze. Und dann bekomme ich als Vorschlag, erwägen Sie ein konkretes Beispiel für einen neuen, innovativen Ansatz zu nennen. Das macht die Wolf-Schneider-KI auch, um das Ganze nochmal konkreter zu machen. Dann kann ich das übernehmen und dann formuliert mir ChatGPT hier jetzt auch direkt einen neuen Ansatz hier mit rein. Nein, die Information hat es ja im Prinzip aus dem Transkript und genauso auch bei den anderen Feedbacks. Da kann ich Ihnen sagen, hier besonders wichtig ist ein Austausch, nicht Oberfläche Eindrücke wiedergibt. Betonen Sie, welche Art von methodischen Details besonders relevant sind, um Erwartungshaltung klarer zu kommunizieren. Das möchte ich jetzt mal nicht. Dafür den nächsten Kommentar. Überlegen Sie die Aussage über das Neudenken des Zugangs weiter auszuführen. Das ist natürlich total wichtig, finde ich, auch Sachen neu zu denken. Und dann wird mir das jetzt hier ausformuliert. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ich sehe, ChatGPT hat sich verändert. Und zwar, wir hatten in unseren Fortbildungen auch immer verschiedene KI-Tools wie Wolf-Schneider-KI oder DeepLWright zur redaktionellen Arbeit, wo ich eben auch stilistisches Feedback zum Beispiel auch bekomme, grammatikalisches Feedback und auch inhaltlich zur Untermauerung. Und genau das macht ChatGPT jetzt auch mit der neuen Beta-Funktion. Und das finde ich total spannend, wie sich dadurch auch Schreibprozesse vielleicht auch nochmal verändern werden. Und ja, vielleicht hast du ja hier auch schon mal Erfahrungen gemacht. Schreib mir das einfach mal in die Kommentare und lass uns da teilen haben. Mich würde das auch mal interessieren, so im Programmiereinsatz, der ja auch beworben wird, kann ich hier leider nicht nachvollziehen. Ich kann nicht programmieren, aber gib mir hier auch einfach mal Rückmeldung. Ja, und ansonsten hoffe, du hattest Spaß ja in dem Video. Einen kleinen Lernerfolg und ja, wenn es dir gefallen hat, du kennst die Geschichte ja mit Like, Abo und so weiter. Wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis bald. Ciao.